Handzeichen rechts bitte. Dann einmal Handzeichen links bitte, wir gucken einmal, lang halt und vor Jungs, du kannst Leon, und rechts bitte. Oh, noch mal ein Schwarz. Lukas! Lukas, komm! Hallo! Hi! Wunschi! Ein bisschen rechts rüber, Handzeichen links, bitte! Ja, ich wollte auch noch auf den Bogen. So, Jungs, und rum! Und rum! Und rum! 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 Weiter! Rum! 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 Weiter! Prima! Und vor! Das passt dann für meine Fahrzeuge. Okay, Entschuldigung, weiter, komm! Komm, Jungs, dann weiter rum! Und rum! Rum! Mach dich doch davor! Bleib hier mit deinem Bein! Bleib da, wo außen bist du bei! Wenn du nur den rumziehst, kann der nicht folgen, weil er hat außen keinen Halt und weiß nicht, wo er hin soll. Und der sagt, okay, ich mach mich auch schon so eng, wo soll ich denn noch hin? Okay. Aber es war schön auf der Stelle! Mach dich doch mal vor! Guck, dass du die Pferde mit dir in der Hand hast! Genau! Man muss nicht immer hier sein! So, einmal Handzeichen links, bitte! Lukas, ein bisschen fort! Und Handzeichen rechts, bitte! Lukas! Hier, rechts rein? Oh, Handzeichen rechts, bitte! Handzeichen rechts, bitte! Gehen wir dich auf. Handzeichen rechts, bitte! Uh, das geht oben! Ja! Melanchotische Gehen ist immer hier oben, ich finde es jetzt nicht könnte nicht Luke S layout richten. Komm, Leute! Komm, Leute! Gehen wir euch! Die, die, die Pickhoden, Vielen Dank.